Sie hören, Miss Merkel, Mord in der Uckermark, von David Safir, gelesen von Nana Spier, ein Hörbuch des Argon-Verlags. »Ich muss mich erst mal hinsetzen«, sagte Angela und setzte sich erst mal hin. Auf eine verwitterte Holzbank, die an einem kleinen Kiesweg stand und einen fantastischen Blick auf den Dumpfsee bot. Sie tupfte sich mit ihrem kleinen Stofftaschentuch, das ihr einst der Dalai Lama geschenkt hatte, den Schweiß von der Stirn. Gerne hätte sie behauptet, dass sie bereits eine mehrstündige Wanderung in unerträglicher Sommerhitze absolviert hatte, tatsächlich war sie aber gerade einmal 25 Minuten bei angenehmer Maisonne spaziert. Nach all den Jahren in Berlin, in denen sie nur damals in der Corona-Krise auf 10.000 Schritte pro Tag gekommen war, als sie in ihrem Riesenbüro herumtigerte, gab ihre Kondition Anlass zu Trauerbekundungen. Es dürfte eine ganze Weile dauern, bis ihr Körper, der schätzungsweise 3000 Staatsbankette überstanden hatte, wieder so etwas Ähnliches wie Fitness aufgebaut haben würde. Angela blickte auf das kleine Gewässer. Es war auf jene unscheinbare Art und Weise lieblich, die genau nach ihrem Geschmack war. Das Schilf hatte die perfekte Länge und wehte anmutig in einem perfekten lauen Lüftchen. Das Wasser besaß das perfekte Blau und die Vögel waren in ihrem Schwarmflug anmutiger als jedes Ballettensemble, das sie je gesehen hatte. Und Angela hatte enorm viele gesehen, dank der Einladungen bei Staatsbesuchen in aller Welt. Eine der größten Willensleistungen ihres Lebens war es gewesen, bei einer siebenstündigen chinesischen Oper trotz Jetlag nicht neben dem chinesischen Staatspräsidenten einzuschlafen. Hier auf dieser Bank, an diesem See, bei diesem Wetter, vermisste sie Berlin kein bisschen. Obwohl sie sich noch nicht so recht an das Leben in ihrem neuen Wohnort kleinen Freudenstadt gelegen eben an jenem Dumpfsee gewöhnt hatte. Wie auch? Sie war ja erst seit ein paar Wochen hier. Ein paar Mal war sie schon durch den ebenfalls auf die genau richtige, unscheinbare Weise lieblichen Ort spaziert, aber das reichte nicht, um sich hier bereits heimisch zu fühlen. Würde sie es jemals tun? Oder würde sie sich schon bald nach ihrem alten, hektischen Leben in Berlin zurücksehen, wie ihr Mann befürchtete, und sie insgeheim auch? Alles in Ordnung, Schatz? fragte Achim, der eigentlich Joachim hieß, aber während seines Studiums befunden hatte, dass Achim ein lässiger Spitzname war. Als Quantenchemiker kannte er die wahre Bedeutung des Wortes lässig nun mal nicht. Achim stand vor ihr in weißem Kurzarmhemd, blauer Halblanghose, die seine kurzen behaarten Beine freigab, und grauen Wanderschuhen, die er sich von einer jungen Verkäuferin als modern hatte aufschwatzen lassen. Angela liebte ihren Achim unter anderem auch dafür, dass er keine Ahnung hatte, was schick war und was nicht. Und dafür, dass er grundehrlich war, zu keiner Lüge fähig. Wie oft hatte sie gedacht, warum sind nicht alle Männer so wie mein Achim? Und dann gab sie sich stets selbst die Antwort, wenn alle so sanft wären, würde die Menschheit nicht überleben. Schatz, ich hab dich was gefragt, hakte er nach. Er machte sich immer Sorgen um sie. Alles gut, Puffel, mir ist nur ein wenig warm, antwortete Angela. Achim holte aus seinem Rucksack, den er schon seit DDR-Zeiten besaß, eine alte Wasserflasche, aus der sein Vater schon zu vor DDR-Zeiten getrunken hatte und aus der das Wasser stets mit Tallen schmeckte. Angela jetzt dennoch erfrischte. Vielleicht solltest du, schlug Achim vor, nicht immer in deiner üblichen Kluft herumlaufen. In der Tat trug Angela wie früher im Beruf eine schwarze Stoffhose und dazu einen ihrer vielen farbigen Blazer. Heute war es ein grüner. Die Wandersachen, die sie sich vor fünf Jahren gekauft hatte, waren ihr zu eng geworden und lagen noch in einem der vielen nicht ausgepackten Umzugskartons. Wenn wir am Wochenende nach Templin fahren, antwortete Angela, kaufe ich mir etwas Passendes. Wie du meinst, Schatz, antwortete Achim. Ein Satz, den er sehr häufig sagte, weil er sein Leben wesentlich einfacher machte. Und das von Angela auch. Putin hat gemacht, verkündete eine Stimme hinter ihnen. Noch vor einem Jahr hätte dieser Satz Angela Tage, wenn nicht gar Wochen lang, in Atem gehalten. Doch jetzt bedeutete er lediglich, dass sie ein Kackertütchen aus ihrer Blazer-Tasche hervorkramen musste. Das kleine schwarze Plastiktütchen in der Hand ging sie in Richtung eines imposanten Zwei-Meter-Mannes mit Bürstenhaarschnitt. Er trug einen schwarzen Anzug und eine Sonnenbrille. Es war Mike, ihr 45 Jahre alter Personenschützer, der stets sein Jackett zugeknöpft hielt, weil er auf diese Weise seinen leichten Bauchansatz kaschieren wollte. Neben Mike hockte Putin. Nicht der russische Präsident, sondern ein kleiner heller Mops mit schwarzem Fleck ums linke Auge, den Achim aus einem Tierheim geholt und Angela am Tag des Rentenbeginns geschenkt hatte. Mithilfe dieses niedlichen Tierchens sollte Angela nun endlich ihre Angst vor Hunden überwinden. Und da Putin, nicht der Mops, sondern der echte, einst seinen großen schwarzen Hund in Angelas Nähe frei laufen gelassen hatte, eben weil er um ihre Angst wusste, hatte sie den knuddeligen Mops nach dem russischen Präsidenten benannt. »Ich kann das auch aufheben«, bot Mike an. Angela wusste genau, wann ein Gegenüber sein Angebot tatsächlich so meinte und wann nicht. Ganz klar, Mike hoffte insgeheim, er müsse sich nicht nach dem Haufen bücken. »Das ist aber freundlich von Ihnen«, antwortete sie deshalb verschmitzt und hielt ihm das Kackertütchen entgegen. »Ähm, das ist doch selbstverständlich«, erwiderte das Kraftpaket, aber seine Stimme vibrierte angesichts der Aufgabe ein wenig. Ein islamistischer Attentäter hätte ihn mit Sicherheit weniger aus der Fassung gebracht. Mike war in der Lage, einen solchen mit nur zwei Fingern in ein sabbernes Etwas zu verwandeln. Kurz bevor er das Tütchen ergreifen konnte, bückte sich die ehemalige Bundeskanzlerin und sagte, »Ach, lassen Sie, ich bin es gewohnt, Putins Mist aufzuräumen.« Dann sah sie sich um. Nie war ein Mülleimer in der Nähe, wenn man mal einen brauchte. »Soll ich dir das abnehmen?«, fragte Achim, der sich so leicht vor nichts ekelte, weder vor Spinnen noch vor Donald Trump. »Ich werde es schon selber tragen«, lächelte Angela. »Wer liebt den Mops, trägt dessen Drops.« »Was habe ich zu deinen Wortspielen gesagt, Achim?« »Dass ich sie bleiben lassen soll.« »Ganz genau.« »Na gut«, sagte Achim, »wenn du es willst, dann lasse ich sie.« Angela streichelte ihm mit der freien Hand über die Wange und erklärte, »Und mit diesem schönen Vorsatz wollen wir nach Hause gehen.« »Bis wir zu Hause sind«, grinste Achim, entwaffnend. Sein freches Lächeln war seine Geheimwaffe. Wenn er sie einsetzte, konnte Angela nicht anders als selber zu grinsen. So auch diesmal. Dann wandte sie sich an ihren Personenschützer. »Gibt es einen kürzeren Weg zurück ins Dorf? Ich würde gerne noch Äpfel für einen Kuchen kaufen und die Läden machen bald zu.« »Apfelkuchen?«, fragte Mike. Er liebte Kuchen und schätzte Angelas Backkünste, das wusste sie. Zugleich fürchtete er um seine Sportlerfigur und seine Fitness. Seitdem er dem Ehepaar Merkel zugeteilt worden war, hatte er, trotz harten körperlichen Trainings, bereits 2 Kilo und 358 Gramm zugenommen. Solche Probleme kannte Achim nicht. Er konnte essen, was er wollte und nahm keinen Gramm zu. Eine der Eigenschaften ihres Mannes, auf die Angela ein wenig neidisch war. Und Mike mittlerweile auch. »Apfelkuchen«, bestätigte Angela. Seitdem sie in kleinen Freudenstadt lebte, backte sie fast jeden Tag einen Kuchen aus dem, was die Obstständer auf dem Markt vor der kleinen Kirche hergaben. Angela backte nicht nur, um die Stunden zu füllen, die sie noch vor einem halben Jahr mit Sitzungen aller Art verbracht hatte, sondern auch, weil sie das Backen liebte. In einem anderen Leben wäre sie vielleicht nicht Wissenschaftlerin und Politikerin geworden, sondern Konditorin. »Durch den Wald«, checkte Mike auf seinem Handy, »kommen wir schneller wieder in den Ort.« »Na dann, wollen wir mal«, sagte Angela und ging entschlossen voran in Richtung Wald. »Gefolgt von Achim, Mike und Putin, der mit seinen kleinen krummen Beinchen froh war, dass sein Frauchen nicht die schnellste war.« Sie hatten keine hundert Meter zurückgelegt, da hörten sie Hufgetrappel. Und nach weiteren fünfzig Metern traf Angela auf jenen Mann, dessen Leiche sie nur wenige Stunden später in einem Verlies auffinden sollte. Das Erstaunliche an Freiherr Philipp von Baugenwitz war nicht etwa, dass sein schwarzer Hengst so edel wirkte, als würde er beim Pferderennen von Eskitz bei den anderen Hengsten Minderwertigkeitskomplexe verursachen. Auch nicht die Tatsache, dass er sein Pferd Ferdinand nannte, als er es zum Stehen brachte. Nein, es war der Umstand, dass Philipp von Baugenwitz eine Ritterrüstung trug. »Und da denkt man«, hörte Angela ihren Personenschützer, der den reitenden Ritter schnell als harmlos identifiziert hatte, leise vor sich hin raunen, »man hätte schon alle Sorten von Irren gesehen.« Angela hatte sich solche Gedanken abgewöhnt. Die vielen Jahre in der Politik hatten sie gelehrt, dass stets noch größere Irre auftauchen konnten. Aber auch sie konnte ein gewisses Erstaunen nicht verbergen, während Mobs Putin hinter ihren Beinen Zuflucht vor dem Pferd suchte und Achim eine Augenbraue gekonnt hochzog. Etwas, das er sich als Kind im Westfernsehen von Commander Spock aus Raumschiff Enterprise abgeschaut hatte. »Sie sind es tatsächlich«, schepperte es aus dem Helm. »Ich freue mich schon auf unsere Begegnung, seit ich gehört habe, dass sie in unser schönes kleinen Freudenstadt gezogen sind.« Der Stimme nach zu urteilen, war der behelmte Mann vielleicht Anfang 50. Jedenfalls besaß er Umgangsformen, dachte Angela, obwohl er das Kackertütchen in ihrer Hand gewiss wahrgenommen hatte, sprach er sie nicht darauf an. »Sie wundern sich sicher«, redete er stattdessen weiter, »warum ich eine Rüstung trage.« Die Frage ist mir durchaus in den Sinn gekommen. »Ich gebe heute Abend ein mittelalterliches Weinfest auf meinem Schloss und wollte ausprobieren, wie ich mit der Rüstung meines Urahns Balduin zurechtkomme. Und ich muss sagen, ganz, ganz prima. Die werde ich heute Abend auch tragen. Sie haben sicher die Plakate für das Fest in der Stadt gesehen.« »Und einen Flyer bekommen.« Angela erinnerte sich so genau daran, weil ein Teenager mit blau gefärbten Haaren ihr den Zettel überreicht hatte. »Darf ich mit Ihrem Kommen heute Abend rechnen?« schepperte Philipps Stimme hoffnungsfroh. Das war Angela bisher gar nicht in den Sinn gekommen. Eigentlich wollte sie sich mit Achim in ihrem neuen kleinen Fachwerkhäuschen erst mal einleben. Doch nun fragte sie sich, wie sie sich in ihrem neuen Haus einleben sollte, wenn sie sich nicht in dem Ort einlebte, in dem es stand. Und was gab es Besseres, um damit anzufangen, als ein Fest, zu dem viele Dorfbewohner erscheinen würden? »Ich werde es mir überlegen,« erklärte Angela. Hinter sich hörte sie ein leises Seufzen. Er stammte vom Personenschützer Mike, der angekündigt hatte, sich an seinem heutigen freien Abend in der Gin-Bade Städtchens namens Aladdins Gin einen schönen Drink gönnen zu wollen. Kein Wunder, dass Mike nicht begeistert war. Wenn er auf dem Fest auf sie aufpassen müsste, dürfte er sich nicht mal einen Schluck Wein genehmigen. Dienst ist nun mal Dienst und Gin ist Gin. Angela sah zu Achim, der wieder eine Augenbraue hochzog, diesmal die andere. Er hatte das über die Jahre wirklich perfektioniert. Natürlich wusste sie, dass sie ihm versprochen hatte, La Traviata als Live-Übertragung der New York Metropolitan Opera anzusehen. Er hatte dafür extra einen neuen Großbildfernseher im Sonderangebot gekauft. Und beim Umgang mit der Fernbedienung wieder mal bewiesen, dass Quantenchemiker mit Alltagstechnik heillos überfordert waren. Die Fernbedienung funktionierte erst, nachdem Putin mit seinen kleinen Pfoten darüber gelaufen war. Welche Tastenkombination der Mops dabei gedrückt hatte, war ein Geheimnis, das kein Quantenchemiker jemals lösen würde. Sie werden es nicht bereuen. Wir sehen uns heute Abend, rief der Freiherr blechern und ritt davon. Hoffentlich nicht, entfuhr es Achim leise. Das könnte doch ganz amüsant werden, hielt Angela dagegen. Wir wollten doch La Traviata anschauen. Aber das können wir doch tun. Achim blickte irritiert rein. Es gibt so etwas wie eine Aufnahmetaste, sagte Angela und schmunzelte. Wenn wir Putin ein paar Mal über die Fernbedienung laufen lassen, findet er sie bestimmt. Ha, 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 antwortete Achim, der vieles war, aber nicht schlagfertig. Es wird bestimmt schön zu sehen, wie in diesem Dorffeste gefeiert werden, Puffel. Ja, Angela setzte Puffel als Kosename gerne auch strategisch ein, wenn es darum ging, ihren Ehemann zu Dingen zu bewegen, zu denen er keine Lust hatte. So hatte sie ihn mit einem gezielten Puffel dazu gebracht, am Damenprogramm des G7-Gipfels teilzunehmen. Sogar noch als Melania Trump statt Michelle Obama dazu eingeladen wurde. Achim zögerte. Angela legte mit einem Lächeln nach. Bist du gar nicht neugierig, wie das Gesicht unter dem Helm aussieht? Das, sagte Achim, kann man auch googeln. Ich mache das gerne für sie. Mike zückte bereits sein Handy. Angela war klar, dass ihr Personenschützer die Hoffnung auf den Barbesuch noch nicht aufgeben mochte. Und wenn ich im Netz kein Bild von ihm finde, frage ich die Kollegen beim BKA. Und wenn die keins haben, können sie sein Handy hacken oder ein Foto mit einer Drohne machen. Wir schauen ihn uns alle heute Abend live und in Farbe an, sprach Angela routiniert ein Machtwort. Da Achim und Mike mürrisch dreinblickten, beugte Angela sich zu Putin, tätschelte ihm den Kopf und sagte, Und für dich gibt es heute Abend ein bisschen leckere Polade. Die Menschen in Kleinfreudenstadt hatten sich schon ein wenig an Angelas Anwesenheit gewöhnt. Natürlich registrierten sie die ehemalige Politikerin, wenn sie, wie jetzt mit Mann, Mobs und Bodyguard, über den alten Marktplatz schritt. Aber sie wollten keine Selfies mehr mit ihr machen. Sie gafften ihr auch so gut wie gar nicht mehr hinterher oder raunten sich Kommentare über sie zu, von denen der eine oder andere an Freundlichkeit etwas zu wünschen. Miss Merkel Mord in der Uckermark Von David Safir Gelesen von Nana Spier Ein Hörbuch des Argon Verlags